Und das geht weiter bei Smashing. Okay, unser letztes Level war Level 8, deswegen tippen wir jetzt MB ein. Genau, wir waren hier bei diesem Level. Diese Teile sind solche Teleporter. Och, und jetzt auch noch so versteckte. Also ich habe im letzten Park gesehen, dass man meine Maus ein bisschen sieht und das hat euch wahrscheinlich genervt, deswegen werde ich jetzt so gut wie es geht versuchen, die Maus vom Bildschirm fernzuhalten. Oh, ja. Portal. Oh nein, oh nein. Hä, na komm mal raus. Äh... Jetzt. Nein! Das ist ein extra Leben, glaube ich. Ah, okay, das will er wir schaffen. Gut, Frame. Zack, 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 zack. Äh, nein, verpasst. So. Nein, ich wollte so ab, an der Kante abprallen lassen, dass es da hier hingeht. Oh, was ist das? Oh. Oh, ich seh, ihr seht meine Maus da unten, wahrscheinlich unten bei diesen Schriftzügen. Ich glaube, das muss ich wegschneiden dann. Also, scheiße. Wie war das Passwort? Frame. Ah. Oh mein Gott. Zack. Oh nein, nein, das holen wir uns nicht. So, jetzt noch diese drei. Hey. Da. Go. Ho. Und jetzt mal wieder schräg, damit es gehen. Nein, doch nicht. Nein. Ja. Nee. Weiß ich nicht, wie oft ich das hintereinander kann. Okay, dann drücken wir den jetzt ein bisschen aus. Ach, Mensch. Jetzt bringt uns nichts, was läuft ja nur gerade aus. Deswegen kommt jetzt sowas. Oh man. Also. Und, und weg ist. Na, immer noch nicht. Müssen wir es immer noch treffen, oder? Ich würde mich nicht mehr so ernst nehmen. Lass man geduldig sein mit dem Spiel. Nein. Oh, ich hätte mich jetzt so ankotzt, wenn wir verloren hätten. Hätte ich eiskalt im Internet nachgeschaut, nach dem nächsten Code für das nächste Level. Boah. Scheiße. Scheiße. Das geht schon weg. Boah, das ist in der Mitte. Was ist denn los? Jetzt. Ich glaube, die müssen wir im richtigen Moment treffen, wenn, ja, wenn die so, äh, abnehmbar sind. Pick. Pick. Ah. Du bleibst hier. Ich habe nur noch ein Leben. Ne, zwei habe ich nicht. Ich habe eins willkommen. Okay. Ja. Nein. Boah, ist das zum Kotzen. Blech. Oh, mein Maus ist wieder Bildschirm, sorry. Alter, immer wenn die... Boom! Headshot. Das wird uns helfen, ich mach mal ein bisschen lauter mit dir. Habt ihr das Boom gehört? Ach, Menno, jetzt muss man da so Fusselarbeiten machen. Das ist ja blöde. Scheiße. Na komm schon. Jetzt geht ja gar nichts voran. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Moment, ich muss mal kurz telefonieren. Oh, man, okay. Jetzt haben wir wegen meinem Bruder... ...ein Leben, glaube ich, verloren, oder? Oder kann man da pausieren? Ja, kann man. Baby! So! Bah! Nein! Oh! Boah! Also, wenn ich das Level jetzt nicht schaffe, dann überspringe ich's. Ernsthaft. Weil, das ist doch scheiße. Das Level ist echt scheiße. Hätte ich gewusst, dass so ein Level kommt, wo ich mein... wo ich das Projekt gestartet hab, dann hätte ich's gar nicht gemacht. Wenn ihr versteht, was ich mein. Oh, jetzt ist mein Mons wieder ein Bildschirm. Katastrophe. Ist ja zum Glück noch ein Mini-Leads Played. Das ist ja... Oh, jetzt hab ich grad den Bildschirm beweitert. Kacke. Moment, ich pausier mal kurz und dann tu ich's wieder. Ja, okay, jetzt ist eh game over. Also gut, dann überspringen wir das Level. Wir schauen dann nach Tipps nach. Oder nach kurz. Und dann... Äh, sehen wir uns im nächsten Level wieder. Bis gleich. Okay, Leute. Das passt, was jetzt das nächste Level heißt. Invades. Also, ich hatte für das Level einfach keinen Nerv mehr. Das ist doch eine Krankheit, sowas. Solche Levels sind ja noch okay. Aber so ein Level wie vorhin. Katastrophe. Was haben Sie sich? Ich mache denn da, aber gedacht. Jetzt mach ich auf Mirko. Raiichikawa. Ah! 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 Ich will das da haben! Das hier! Was ist ein Boom? Stimmt. Das hat er voll gebracht. Ich dachte, das wäre so ein Schießteil. So wie das da, was jetzt kommt. Können wir damit die Dinger... Nein, das geht nicht! Ja, kommt! Bleibt da! Hört auf euch zu bewegen! Stop moving! Stop moving! Stop moving! Ich habe keinen Bock mehr! Aber ich mache es trotzdem weiter! In werde! Ja! Invades! Oh mein Gott! Ich habe so keinen Bock mehr auf das Game! Ich habe keinen Bock mehr! Ich habe keinen Bock mehr! Oh mein Gott! Ich werde zu Mirko! Oh.. Oh.. Ah! 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 Immer bald ist da an diesen Kanten da ab! Oh, Mann. Und jetzt haben wir schon wieder noch ein Leben, oder was? Nein! Gleich werde ich zum Angry Jammin' Kid, ich schwör's euch. Ich will jetzt nicht noch ein... Ich will das jetzt nicht noch mal überspringen. Weil dann ist es ja nur noch eine Überspringarbeit. Nein, lassen wir uns Zeit bei dem Level, wir haben ja genug Parts. Wir haben ja genug Parts, ne? Ja, ja, ja. Och, ich komm mal hier dran, oder was? Was für ein Scheiß, ey. Diese Dinger sind wirklich unnötig. Diese Teile, die sind doch voll unnötig, oder? Was bringen die Teile? Hat man Spaß daran, diese Teile da kaputt zu bashen, oder was? Also mir macht es keinen Spaß, diese Teile da kaputt zu bashen. Da kommt man gar nicht richtig ran. Muss man das ja im letzten Moment immer machen. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein... Gott. Na, er... Ich würde die Mautsitzung auf den Boden schmeißen, ich schwör's euch. Oh Mann. Ja! Das braucht man! Das braucht man! Das... Ja! So kann man es natürlich auch schaffen. W-W. 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 Wär noch ein W. Achso, das sind zwei Ws. Diese Dinger nehme ich... Warum bin ich so blöd? Warum hab ich das eingesammelt? Was hab ich mir dabei gedacht? Warum hab ich den Scheiß eingesammelt? Ich glaube, das ist das erste LP, wo ich richtig durchdrehe. Yeah! Raff! Ich raff gar nichts mehr. Und das schön gemacht. Das könnte mir sogar Spaß machen. Schießen wir die Dinger... Da, da, da... Oh Gott. Zu früh gefreut. Ach, tschüss mal. Schwieg das nicht mal auf dem Bildschirm. Ich mache mal lauter. Jetzt bin ich hier allein zu Hause bei mir. Extra Leben! Hu! Da! Hu! Di-di! Di! Di-di-di-di-di-di! Oh! Jeez! Jesus! Jesus! Ah! Ich hätte so eine Mini-Let's Black Nilly ausrasten sollen, Mann. Di-di! Di-di! Di-di-di! HOT-Di-di! Das HOT-Di-di! Muss mir echt abgewohnen, das ist scheiße. So, er ist denn sogar blindet, den Ball. Was? Oh, ich habe kurz auf ICQ geschaut. Da ist niemand angegangen. Oh, Mann! WAH! Alter, ich kann so nicht spielen. Die Maus muss schon auf dem Bildschirm sein, damit ich optimal spielen kann. Ja, 5.000 Punkte. Nein! Sag bloß, das sind... Oh, Mann! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Satan! Allah, Buddha, Satan und Mohammed! Wobei Mohammed und Mohammed und Mohammed sind fast dieselbe Religion. Ne, sind die Religionen, dieselbe Religion. Jetzt rede ich über Religion, oh mein Gott! So tief bin ich gesunken. HOT-Di-di! HOT-Di-di!